hi hier ist wieder der fabi von happy hippocampus heute zu einem ganz besonderen anlass und zwar haben wir mittlerweile 10.000 abonnenten hier mit unserem kanal geknackt vielen vielen herzlichen dank dafür es ist krass ihr habt die videos mittlerweile schon über eine halbe million mal geklickt es ist verrückt also vielen vielen herzlichen dank und als kleines dankeschön gibt es ein gewinnspiel was du dafür machen musst wirst du am ende des videos erfahren du kannst auf jeden fall preis im wert von über 150 euro gewinnen ja und wie gesagt das ist verrückt wir sind mittlerweile 10.000 hier auf youtube vielen vielen dank an jeden einzelnen von euch der unsere videos like der kommentiert der auch nur einfach die videos schaut also vielen vielen herzlichen dank dafür für eure unterstützung ohne euch wäre das ganze hier alles ja in der form gar nicht möglich ja und auch noch mal vielen vielen dank an jeden einzelnen von euch die uns kommentare unter den youtube videos schreiben uns so feedback schreiben sehr sehr nette nachrichten auf instagram per mail zukommen lassen mega cool vielen vielen dank dafür ich versuche auch auf jeden einzelnen kommentar nachricht persönlich zu antworten verzeiht mir wenn es manchmal ein bisschen länger dauert aber ich versuche wirklich jede nachricht zu lesen und auch dann zu beantworten auf jeden fall vielen vielen dank wie gesagt ich blende auch hier noch mal ein paar ja mega krasse kommentare ein wo uns so freut ja zu hören und zu sehen dass es so gut bei euch ankommt also vielen vielen herzlichen dank ja und ich finde es auch echt krass und verrückt eines unserer ersten videos war ja unser zitratzyklus video unser gedächtnis palast beziehungsweise unser merkvideo zum thema zitratzyklus wenn du es noch nicht kennst ich verlinkst hier oben mal ja und es ist verrückt das hat mittlerweile nur das eine video über 70.000 aufrufe es kennt mittlerweile glaube ich jeder der in der vorklinik ist und biochemie lernen muss also auch da vielen vielen dank für die ganzen aufrufe ich weiß ihr teilt die videos auch zum teil also vielen vielen dank auch dafür und es wird auch weiterhin tipps zu lerntechniken allgemeine lerntipps geben und vor allem weil die videos bei euch wirklich am besten angekommen sind weitere gedächtnis paläste zu anatomischen themen zu biochemie themen aber irgendwann auch zu anderen themen es wird dann weiterhin merkvideos geben und wirklich konkret eben gedächtnis paläste wo du wirklich im optimalfall das video einmal guckst und wirklich die fakten dann da oben in deinem gehirn schon auch langfristig abgespeichert hast ja in diesem zug möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei all die bedanken die sich unser online lernpaket auf unserer homepage geholt haben ohne euch könnten wir das finanziell gar nicht alles wuppen mit youtube mit lernpaketen und so weiter von daher vielen vielen dank dafür und auch vielen dank an euch die uns schreiben sie haben damit das physikum bestanden die biochemie klausur bestanden und das sogar sehr gut also auch an euch die uns feedback zu unserem lernpaket geben vielen vielen dank ja und falls du zuschaust und gar nicht weißt was unser lernpaket ist schau gerne auf unsere homepage dort findest du alle weiteren infos dazu außerdem wollte ich dich bitten und mal fragen was gefällt dir besonders gut welche videos welche themen gefallen die mir merkt videos gedächtnis paläste oder videos so wie jetzt wo ich vor der kamera stehe euch vielleicht was erklärt eine lerntechnik konkret einem beispiel zeigt sagt mir gerne auch ob wir vielleicht irgendwelche gäste reinholen sollen irgendwelche interviews was wir auch schon mal gemacht haben sagt auch da wenn ihr gerne vielleicht als interview gast bei uns haben möchte den ich mal interviewen soll zu einem bestimmten thema ich bin für jede ideen vorschläge verbesserungsvorschläge offen schreibt gerne in die kommentare und dann können wir gerne von euren vorschlägen oder von deinem vorschlag was umsetzen außerdem wollte ich dich mal fragen und bitten was du davon hältst dass ich mal wie action videos aufnehmen zu bestimmten themen zu gewissen medizinischen themen vielleicht auch zu lerntechniken wo jemand anderes wo andere leute was darüber gesagt haben falls ihr da leute kennt oder videos konkret auch dann schlag die mir gerne vor sagt gerne auch ob er prinzipiell sowas gut findet und lasst mich das wissen dann können wir das in zukunft gerne wenn ihr bock darauf habt ja gerne auch mal machen und wie gesagt ich bin da wirklich für ideen vorschläge offen schreibt es in die kommentare und dann setze ich gerne mal von euren vorschlägen und ideen was um so jetzt aber du wartest vielleicht schon drauf zu unserem gewinnspiel was kannst du gewinnen und was musst du dafür tun zum einen du kannst unser jahres abo unser jahreslernpaket gewinnen oder ein unserer semester lernpakete was musst du dafür tun du musst hier unseren youtube kanal abonniert haben und einen kommentar geschrieben haben und da bietet es sich an wenn du beim gewinnspiel mitmachen willst dann schreibt doch gleich irgendwas eine idee einen verbesserungsvorschlag gleich in die kommentare dann schlägst du quasi zwei fliegen mit einer klappe du bist am gewinnspiel und du kannst noch deine wünsche äußern die wir in zukunft vielleicht mal umsetzen sollen außerdem musst du noch unseren instagram kanal abonniert haben zusammengefasst also noch mal was musst du tun happy hippocampus uns auf instagram abonnieren hier auf youtube und einfach hier unten den kommentar da lassen wichtig noch du kannst am gewinnspiel nur bis samstag und mittag nacht teilnehmen bis dahin also kommentieren und abonnieren denn danach bist du dann nicht mehr im lostopf und es wäre natürlich schade wenn du dann zu spät zum beispiel kommentieren würdest ja dann drücke ich dir jetzt schon mal ganz fest die daumen dass vielleicht du der oder die glückliche dann beim gewinnspiel sein wirst du kannst wie gesagt preis im wert von über 150 euro gewinnen und außerdem haben wir noch richtig coole sachen hier auf youtube vor es wird wie gesagt weitere gedächtnis paläste merkvideos geben wir werden höchstwahrscheinlich auch wieder gäste interviewen wie gesagt macht da gerne auch vorschläge wegen ihr als gast gerne bei uns haben möchtet in diesem sinne ich wünsche dir weiterhin viel erfolg beim lernen vielen dank wie gesagt noch mal für deine und eure unterstützung hier und ja alles gute weiterhin wir sehen uns in einem der nächsten videos macht's gut ciao